Der Chef der russischen Region Belgo Grott, die an die Ukraine grenzt, behauptet am Montag, dass eine ukrainische Sabotagegruppe die Region infiltriert habe. Stattdessen erklärten russische Soldaten dort sich für unabhängig und übernahmen die Verantwortung. Die lokalen Behörden haben in der gesamten Region ein Anti-Terror-Regime eingeführt. Abonnieren Sie diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Sie finden unsere exklusive Forschung zu den Supermächten und den Konflikten unter shop.recenter.com. Militärisch bedeutsam ist die Angelegenheit noch lange nicht. Und Russland könnte die Gelegenheit nutzen, einen Vorfall unter falscher Flagge zu inszenieren, möglicherweise sogar einen nuklearen, um den Vorwand zu erhalten, ABC-Waffen gegen die Ukraine einzusetzen. Die Gerüchteküche kocht schon sehr hoch. Es war dann die Rede davon, dass dort irgendwelche Nuklearwaffen stationiert gewesen seien etc. etc. Also gegebenenfalls wird dann auf der Basis der Gerüchteküche dann irgendeine Geschichte präsentiert, um eine solche Aktion oder falscher Flagge zu stützen. Die NATO hatte extra ein Sonderteam namens Tiger zusammengestellt, um vorob zu sondieren, falls ABC-Waffen eingesetzt werden. Solange kein NATO-Territorium berührt wird, gibt es keinen Bündnisfall. Die Ukraine bestritt, an einem Einmarsch auf russisches Territorium beteiligt gewesen zu sein. Bisher galt die strenge Vorgabe, sich auf Territorium der Ukraine zu beschränken. Mit den neuen Raketen allerdings könnten bald Munitionsdepots und ähnliches auf russischem Boden in Grenznähe bekämpft werden. Am Montag veröffentlichte das russische Freiwilligenkorps RDK eine Militäreinheit, die aus russischen Freiwilligen besteht, die für die Ukraine kämpfen, angeblich. Auf seinem Telegram-Kanal eine Reihe von Videos, die die Kämpfe der Einheit neben Straßenschildern von Dörfern im russischen Nachbarort Kursk und Briansk zeigen und Belgogordregionen. Das Problem, niemand kennt die RDK, es könnte sich um eine russische Finte handeln. Bei einer False Flag wäre nicht nur der Vorwand gegeben für den Einsatz von ABC-Waffen, sondern auch für weitere Säuberungsaktionen innerhalb Russlands. Es sind bereits stalinistische Verhältnisse eingekehrt, zum gewissen Grad, aber es gibt immer noch die Möglichkeit, eine Art Kriegsrecht zu verhängen, inklusive Arbeitspflicht für alle 14 Jahre, außerdem Großmobilmachung und die Option, bis zu 500.000 nordkoreanische Soldaten an die Front zu verlegen. Es gab vor kurzem jemanden aus der russischen Verwaltung, der solche Kommentare abgegeben hat. Also diese Optionen bestehen natürlich nach wie vor. Laut der ukrainischen Nachrichtenagentur Chromatzke bestätigte die Abteilung für Verteidigungsgeheimdienste des ukrainischen Verteidigungsministeriums, dass die beiden Einheiten russischer Kämpfer eine Operation in den Grenzregionen Russlands durchführten. So arbeiten die russischen Einheiten angeblich daran, eine entmilitarisierte Pufferzone zwischen Russland und der Ukraine zu schaffen. Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace hat vor Monaten die Behauptung in des Kremls, die Ukraine plane die Zündung einer schmutzigen Bombe entschieden zurückgewiesen, während sein russischer Amtskollege vor einer unkontrollierbaren Eskalation warnte. Der ukrainische Außenminister Dmitry Kuleba wies vor Monaten die Behauptung als russische Lügen zurück, die so absurd wie gefährlich seien. In einem Telefongespräch mit Russlands Verteidigungsminister Sergej Shoigu bestritt Wallace, dass ich der Westen mit Kiew verschworen habe, um eine geplante Eskalation des Konflikts herbeizuführen. Oberflächlich betrachtet könnten die Ukraine und Russland durchaus zu ABC-Kapazitäten greifen, die jeweilige Gegenseite beschuldigen, aber die größten Nutzen dieser solchen Aktion wären sowohl die USA als auch Russland. Solange es unmöglich bleibt, genau zu beweisen, wer hinter so einer Provokation steckt, können die Supermächte ihre beanspruchte Rolle als Weltpolizei wahrnehmen, darauf bestehen, dass niemand sonst auf der Welt über Krieg und Frieden Eskalation oder Deeskalation bestimmt. Eine nukleare Detonation hätte gewaltige psychische Auswirkungen und könnte Russland eine dringend benötigte Pause verschaffen, um frische Truppen herbeizuschaffen und einen zweiten Kriegsschauplatz in Asien zu eröffnen mit Nordkorea. Der Russland-Experte Andreas Umland befürchtete, dass Moskau einen Angriff gegen sich selbst mit Massenvernichtungswaffen inszenieren könnte, als Rechtfertigung für eine Eskalation des Krieges. Es heißt, die erste Atombombe in einem möglichen russischen Atomkrieg gegen die Ukraine könnte nicht in Kiew, sondern auch von Moskau kontrolliertem Gebiet explodieren. Dabei könnten wie schon 1999 viele russische Bürger getötet werden. Bei den angesprochenen Apartment-Anschlägen 1999 steckt wohl der russische Geheimdienst FSB dahinter, den Putin anführte. Der blasse Politiker wurde schnell zum populären Feldherrn. Es heißt weiter, diesmal kann eine solche Sabotage-Aktion nicht hunderte, sondern tausende oder sogar zehntausende von Opfern erfordern. Eine solche Explosion oder ein anderer Massenmord könnte dieses Mal nicht in Russland selbst stattfinden, sondern in den kürzlich von Russland annektierten ukrainischen Gebieten. Ein primitiver nukleares Sprengsatz mit einem Gewicht von 15 Kilogramm würde ausreichen, um alles zu verändern. Der Kreml präsentiert dann wohl die Erklärung, ein faschistisches Terrornetzwerk mit Verbindungen zu Ukraine und NATO stecke dahinter. Habe für diesen Zweck Plutonium oder hochangereichertes Uran aus verschiedenen Quellen zusammengestohlen. In den russischen Medien würde man die Opferrolle beanspruchen, aber selbst ein solcher Trick würde nicht magischerweise die Probleme Moskaus verschwinden lassen. Auch ein begrenzter atomarer Angriff gegen die Ukraine mit kleineren Sprengköpfen wäre nicht unbedingt gleich die Entscheidung. Es gibt allerdings noch verschiedene B-Waffenoptionen und C-Waffenoptionen. Also es gibt auch wenig tödliche C-Waffen und es gibt auch wenig tödliche biologische Waffen, um halt eben dann sehr viele Ukrainer für Wochen kampfunfähig zu machen. Holen Sie sich meine Bücher über das Kartell der Supermächte unter shop.recenter.com. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.